Junkfoodtaster.com Folge 1871. Ja, was war 1871 Freunde? Genau, da wurde das Deutsche Reich gegründet. Ist mir so aufgefallen. Okay und in dieser Folge geht es um gut und günstig. Kochschinken mit Champignons im Aspeak. Okay, ja lustige Wurst sozusagen. 2% Fett. Oh, okay. Bin ich mal auf die Liste hier gespannt. 2% Fett. Okay, es ist 2% Fett, aber das meiste ist eh Wasser. Oh, der Eiweißfett ist gut. 17% Eiweiß. Das besteht fast nur aus Eiweiß. Das ist ja cool. Genau, was haben wir hier nachher? Blablabla. Gekochter Hinterschinken. Konservierungsstoff Nazium Getrit. Speise-Gerantie. Wer hätte gedacht, dass ein Aspeak Speise-Gerantie hier drin ist. Okay, ja gute Wurstig, für alle die es nicht wissen, ist so eine Art Billig-Rewe von Edeka. So ähnlich wie ja von Rewe. Okay, opening-Stell. Oh, lass hier einer. Der war nicht schlecht, ja. Oh, das geht gar nicht ab hier. Das innen zu zerreißen erfordert weniger Kraft, als es hier an der soll, soll Abziehstelle abzuziehen. Oh Gott, hier. So, sieht total lustig aus. Ey, die Amis, oder die alle anderen, außer die Deutschen, die haben sich gefragt, what the fuck, wenn die jetzt fragen, was ist das? Das werde ich ja denen eher für Englisch erklären. Ja, das ist Gummibärchenwurst hier offenbar. Das ist wirklich lustig, das Zeug. So sieht so aus, bisschen aus hier wie Pizza Hawaii. Will ich das noch zerschneiden, oder nicht? Guck mal, hier kann man durchgucken. Jetzt guckt ja durch die Wurst durch. Ne, doch nicht so ein bisschen, ne. Okay, egal. Guck mal das Messerchen. Wo ist es denn eigentlich? Ja, bisschen umschnippeln. Ich mein, es ist total akademisch. Was soll hier schon drin sein? Ja, vielleicht mal so übereinander legen, obwohl. Okay, ähm, ja. Jetzt frage ich mich natürlich, ist hier jede, ne Wurst ist natürlich, normalerweise wird das irgendwie so, ja, durchgequetscht, durch so ein, das ist eine Quetschverrichtung, Fleischwolf, was auch immer. Das sieht so aus, als wäre hier jede Scheibe einzeln produziert worden. Als hätten die quasi den, den Schinken hingelegt und dann quasi wie ein Vafer reingestampft. Ja, also es ist eigentlich gar keine Wurst. Das ist, das ist eher so eine Art Waffel. Okay, ich muss mal essen. Ja, ich mag Aspik nicht. Bin ich eklig. Das ist salzig. Das ist immer noch eklig. So qualitativ ist das schon cool. So als Wurst, so, man isst so das Wurststück, also so fleischig und dann dieses, dieses ganz weiche. Und dann stößt die Zunge oder was auch immer, dann auf so was ganz weiches, salziges. Es ist einfach nur, bäh. Da treffen irgendwie zwei Welten aufeinander, die hätten niemals aufeinander treffen sollen, ja. Ja, da muss ja ein paar Fans haben. Ein paar Leute wollen halt Krieg im Mund. Okay, die nächsten bitte. So, das ist German Sausage, again. Und es ist Heim und Mushrooms. Und sie clutched dieses zusammen mit something called Aspik, which is basically like Salty Gummiböhr. A Salty Gummiböhr Gummiböhr. All right. Und es ist extrem. Ich denke, das ist von dem Eing-Experience in den Mouth. Du hast dieses, um, Of course, du hast dieses meaty ham und dann du hast dieses Ultra Soft, Salty, um, Jelle, Gelatin Gellie. Es ist ein wenig. Es ist wie eine Wurst. like two worlds battling each other extreme it gives me a headache it drives me mad no I failed it if you yeah if you have ever seen such a sausage and eaten such a sausage and if you appreciate such such a sausage and let me know write me a comment yeah otherwise I hope you enjoyed this I hope if you have never seen this I hope you think now I showed you something interesting okay and otherwise sex searching